Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man als Prämienhunter 75 Euro in der Stunde verdienen kann. Ja, ihr seid bestimmt auch schon öfter darüber gestolpert, dass diverse Banken und Kreditkartenanbieter relativ hohe Prämien zahlen, dafür, dass ihr dort eine Karte beantragt oder eben ein Konto bzw. ein Depot eröffnet. Das könnt ihr euch persönlich natürlich zunutze machen und diese Prämien entsprechend abgreifen. Der effektive Zeitaufwand, wenn man ihn denn ein bisschen optimiert hat, ist sehr, sehr gering und dazu ist die Prämie relativ hoch. Dadurch entsteht auch dieser im Titel genannte sehr, sehr hohe Stundensatz, weil wenn man sich das Ganze umrechnet, dann landet man nämlich ungefähr da. Außerdem ist es so, dass das Ganze sogar bis zu einem gewissen Betrag steuerfrei sein soll, wenn man denn den einschlägigen Seiten dazu Glauben schenken kann. Wir schauen uns das aber alles im Detail in diesem Video an. Ja, wenn man so ein bisschen im Internet unterwegs ist, dann stolpert man immer wieder über solche Angebote. Hier gibt es zum Beispiel 75 Euro Prämie für das Eröffnen eines Depots. Dazu müssen natürlich gewisse Bedingungen erfüllt sein, aber dazu später mehr. Ähnliche Angebote gibt es dann auch zum Beispiel von dieser Bank hier. Da gibt es 50 Euro, hier gibt es ebenfalls 50 Euro und hier gibt es sogar noch ein bisschen mehr zum Black Friday. Insgesamt hier ganze 70 Euro. Weiterhin hier bei dieser Karte gibt es 50 Euro, zwar nur für Selbstständige, aber im Prinzip geht es hier um eine Karte, nicht mal um ein ganzes Konto. Und man kann hier auch für einen einfachen Einkauf schon 50 Euro Startguthaben erhalten. Ja, wie ihr sehen könnt, gibt es zahlreiche Angebote davon und das waren längst noch nicht alle. Euch fallen bestimmt noch wesentlich mehr ein. Doch jetzt ist die große Frage, wofür zahlen die denn eigentlich hier an der Stelle so viel Geld? Ja, im Großen und Ganzen geht es hier natürlich um Neukundengewinnung. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen in Deutschland anschaut, ist das so, dass Deutsche in Bezug auf ihr Depot, auf ihr Girokonto, auf ihre Karte, ja, wenn man so will, kann man sagen, dass das Wechselmuffel sind. Also die haben einfach keinen Bock irgendwie das zu wechseln, selbst wenn das Ganze sie monatlich Geld kostet und sie zu einem kostenlosen Angebot wechseln könnten. Ja, und da haben sich viele Banken überlegt, wie überzeuge ich die denn eigentlich? Ja, ich versuche es mal mit ein bisschen Geld. Und da ist Geld eben das Lockmittel der Wahl. Es werden hohe Prämien gezahlt, damit die Leute das überhaupt tun. Wenn man das Ganze verstanden hat, dann kann man das natürlich auch für sich ausnutzen. Im Prinzip gewinnt die Bank, wenn ihr nach diesem ganzen Wechsel oder nach dem Eröffnen von irgendwas eben Kunde bleibt und das entsprechend aktiv nutzt. Dann hat die Bank was davon und dann rechnet sich auch dieser Bonus, den sie euch ausgezahlt haben. Im Prinzip, ob ihr dann dort bleibt, nachdem ihr das Ganze bekommen habt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, das ist im Prinzip eure Sache. Ich muss sagen, dass ich auch schon das ein oder andere Angebot hiervon angenommen habe. Also ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung. Ich zeige es euch auch gleich nochmal. Ja, und zum Teil bleibe ich tatsächlich auch bei den Banken oder bei den Karten, weil diese mich dann überzeugen konnten. Also bei mir funktioniert es zum Teil sogar, wenn man hier an der Stelle gelockt wird, sich das Ganze erstmal angeschaut hat und das dann vielleicht doch besser ist, als das, was man vorher hatte. Ja, also im Prinzip das, was sie damit erreichen wollten, erreichen sie zum Teil auch. Und dadurch entsteht gewissermaßen eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ich als Kunde habe eben dieses Geld erhalten und die Bank hat einen Kunden mehr bekommen. Ja, ich zeige euch dazu jetzt einfach nochmal ein plastisches Beispiel, nämlich von mir selbst. Da habe ich hier in diesen drei Transaktionen, habe ich im Prinzip die Bedingungen erfüllt, die ich erfüllen muss, um hier diese 75 Euro zu bekommen. Da ging es nämlich darum, dass ich hier drei Trades machen muss. Das habe ich damit erfüllt. Ich habe zweimal hier einen ETF gekauft, den ich dann im dritten Trade wieder verkauft habe. Dadurch habe ich sogar einen kleinen Verlust gemacht. Insgesamt hatte ich hier 100 Euro aufs Konto gepackt. Da geht es aber nur um wenige Cents, also nicht weiter dramatisch. Wenn wir uns das anschauen, hier in diesem Schreiben, können wir sehen, dass ich damit die Bedingungen erfüllt habe und auch dementsprechend das Geld bekomme. Und ich muss sagen, das Ganze hat mich wahrscheinlich noch nicht mal eine Stunde gekostet. Und ich schreibe jetzt hier schon im Titel eine Stunde 75 Euro, aber im Prinzip war es noch nicht mal eine Stunde, weil man hier auch ganz easy das Konto eröffnen konnte. Einfach mit dem Personalausweis nicht vor die Kamera halten, sondern einfach mit dem Smartphone abscannen. Für die Leute, die es schon kennen und schon nutzen, die Online-Ausweisfunktion von eurem Perso. Damit geht das super, super schnell. Und diese drei Trades, das war auch wirklich mega, mega easy. Dafür habe ich jetzt also die Prämie bekommen für unter eine Stunde Arbeit. Und dazu gewinnt aber auch die Bank, weil ich jetzt an der Stelle sage, ich wollte mir sowieso wieder mal ein Konto dazu machen. Und dann habe ich gesehen, oh jetzt gibt es gerade dort eine relativ hohe Prämie, dann mache ich es doch jetzt. Und dazu habe ich dann gleich noch ein Girokonto dort wieder aufgemacht und noch ein Währungsanlagekonto, die ich dann auch tatsächlich aktiv nutzen möchte. Das heißt, die Bank hat hier an der Stelle auch gewonnen, nämlich einen Kunden. Und ich habe, wie gesagt, diese 75 Euro in weniger als einer Stunde verdient. Ja, was ist jetzt eigentlich der Haken an der ganzen Geschichte? Ihr müsst natürlich die Bedingungen erfüllen. Wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr euch die ganze Arbeit umsonst gemacht. Und ja, ihr habt im Prinzip Zeit verschwendet und habt jetzt auch noch ein Konto mehr. Gegebenenfalls muss man natürlich auch auf laufende Kosten schauen. Manche Konten nehmen tatsächlich Geld dafür, dass ihr diese auch offen habt. Da müsst ihr dann immer ein bisschen schauen, nicht, dass ihr dort das ganze Geld wieder ausgebt, was ihr da an Prämie kassiert habt. Das ist dann natürlich an der Stelle einfach nicht zielführend. Deswegen, falls ihr dort laufende Kosten habt, dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr die entweder auf 0 kriegt, indem ihr die Bedingungen zum Beispiel erfüllt, um so ein Konto kostenlos zu haben. Oder es danach, nachdem ihr die Prämie kassiert habt, eben wieder zu kündigen. Das ist auch schon der nächste Punkt. Ein weiterer Haken ist, dass der Überblick irgendwann verloren geht, wenn man mittlerweile 6, 7, 8 Konten hat und 5 unterschiedliche Kreditkarten zum Beispiel. Ja, dann weiß man gar nicht mehr, wo bin ich denn jetzt eigentlich überall Kunde. Und dazu kommt, dass es gerade im Falle von Kreditkarten teilweise schlecht sein könnte für die Schufa. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, zumindest wenn man plant, ja bald ein Haus zu kaufen und dass man dafür eben dann auch einen Kredit braucht. Und dann sollte man sich natürlich seinen Score nicht vermiesen. Und der letzte Haken zu dem Thema ist das Thema Steuern, weil ich habe es angesprochen, es kann steuerfrei sein, zumindest laut diesem Portal hier. Und zwar ist das eine Einkunft aus sonstigen Leistungen, zumindest steht es hier, so eine Kontoprämie und da gilt eine Freigrenze von 256 Euro. Das heißt, wenn ihr mehr als 256 Euro Prämie im Jahr kassiert, müsst ihr auf den Gesamtbetrag wiederum Geld bezahlen. Natürlich alles ohne Gewähr. Ich bin kein Steuerberater. Fragt dann nochmal jemanden oder googelt es selbst. Aber wenn man diesem Text hier Glauben schenken darf, ja, dann kann man durchaus auch ein paar Konten schon aufmachen und dort auch ein paar Prämien kassieren, bis man da bei diesen 256 Euro erstmal überhaupt landet. Aber nur, dass ihr schon mal gehört habt, dass ihr diesen Betrag dann möglichst pro Jahr nicht überschreitet. Und falls ihr dann dann auch irgendwas habt, was ihr dann noch nutzen wollt, dann verschiebt das am besten ins nächste Jahr, wenn das irgendwie möglich ist, um hier ja diese Freigrenze nicht zu überschreiten. Ich packe euch dann auch ein paar dieser guten Angebote, wo ihr eine relativ gute Prämie bekommt, mal in die Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentar. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr solche Angebote wahrnehmen wollt und da dementsprechend Bock drauf habt, das Ganze auch ein Stück weit umzusetzen oder auch vollständig umzusetzen. Dann habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, wenn ihr eher auf der Suche nach einem neuen Konto, nach einer neuen Karte seid, dann lohnt sich das natürlich gleich doppelt. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu dem Thema? Ich finde, für mich zumindest ist das easy money, so ein Anführungszeichen, wenn man sich dementsprechend an die Spielregeln hält und so ein bisschen auch die Steuer im Kopf hat und sich natürlich auch überlegt, warum machen das die Banken? Und dann kann man das Ganze relativ gut für sich nutzen. Es ist übrigens auch so, dass ihr, wenn ihr die Konten irgendwann wieder kündigt, auch nach zwei Jahren häufig wieder als Neukunden geltet und dann auch wieder prämienberechtigt seid, also dann theoretisch die Prämie auch ein zweites oder ein drittes Mal bekommen könnt. Die 75 Euro in der Stunde sind wirklich nicht unrealistisch und für jeden machbar, der ja relativ schnell tippen kann, weil man da ja so ein paar persönliche Daten auch eintippen muss. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Aber natürlich ist das Ganze nicht unendlich skalierbar, weil es nicht unendlich Angebote gibt und irgendwann dann auch noch die Steuer zuschlägt. Dementsprechend kann es jeder so weit für sich nutzen, wie es ihm irgendwie in seinem Rahmen möglich ist. Aber es ist nicht jetzt auf einen 10.000 Euro Business oder sowas skalierbar, sondern eher für nebenbei, für ein bisschen Geld, was man vielleicht gerade so ein bisschen braucht oder eben dementsprechend vielleicht auch in eine Freizeitbeschäftigung oder am Weihnachtsmarkt gut investieren möchte. Jetzt am Ende des Videos natürlich immer noch die Frage, soll ich das ganze Thema für euch weiter verfolgen, jetzt hier auf YouTube oder soll ich das weiterhin nur privat für mich weiter verfolgen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil es gibt immer wieder neue gute Angebote, die kann ich entweder dann zum Beispiel im YouTube Community Tab posten oder ich mache ab und zu mal wieder ein neues Video mit den besten Angeboten oder ich gehe noch mal auf eure Fragen ein, die ihr zu dem Thema jetzt vielleicht unter das Video schreibt. Wenn das sehr, sehr viele Fragen sind, dann lohnt sich das natürlich dazu, ein Video zu machen. Dass es grundsätzlich funktioniert, habe ich jetzt in dem Video gezeigt, dass ihr das ungefähr in der Stunde, auch in weniger als der Stunde hinbekommt. Das könnt ihr gerne selber ausprobieren, es ist aber auf jeden, jeden Fall möglich und ich lege euch das ans Herz, wenn ihr da so ein bisschen, ja, was ausprobieren wollt, euch ein paar Euro dazu verdienen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ja Leute, das war es heute mit dem Video. Für diesen Sonntag hat mich gewollt, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt lasst mir doch gerne noch eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren da. Ansonsten gebt dem Video auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Danke an alle, die das immer so fleißig machen. Dann weiß ich, ihr wollt mehr zu dem Thema sehen. Ansonsten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, denkt auch an das Abonnieren. Drückt dazu auf den Abonnieren-Button daneben auf die Glocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Denkt auch gerne noch an die Jumpcoin-Aktion. Und ich wünsche euch jetzt an der Stelle erstmal einen wunderschönen Sonntag und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut Leute, bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017